Wie sieht ein Strömungsabriss im Windtunnel aus? Bei diesem großen Anstellwinkel folgt die Strömung der Tragfläche noch. Die Auftriebskraft ist ungefähr bei 10 kN und die Widerstandskraft bei 1,5 kN. Erhöhen wir den Anstellwinkel jetzt jedoch nur um 1 Grad, geschieht folgendes. Wirbel an der Oberseite lösen sich ab und die Luft folgt nicht mehr der Tragflächenform. Der Auftrieb bricht ein, weil die Strömung abreißt. Wir sprechen von Strömungsabriss. Oder auf Englisch Stall, da das Flugzeug kaum noch zu manövrieren ist.